Wir wissen, was wir tun. Adieu, Caro. Wir hatten eine schöne Zeit. Gartenstraße 13. Ja, bitte, bitte. Beeilen Sie sich. Sie glinten, Kranzmeier. Sie glinten. Wie die Kartoffel. Ja, es ist doch nicht schön. Ja. Ja, was haben Sie denn? Ja, dann. Trinken wir auf den weißen Marmor der Große. Tschüssi. Tschüssi. Ach, Frau Kranzmeier. Casablanca. Mit der Ingrid Bergmann. Und mit dem Humphrey Burger. Was macht der denn jedes Mal? Ach, Sie finden das nicht lustig? Hörst du jetzt wie ein Frau Kranzmeier? Hörst du jetzt wie ein Frau Kranzmeier? Es war doch schon gar nicht wahr. Was sagen Sie? Na, was sagen Sie? Weißer Marmor ist doch einfach am Schiffen. Was sagen Sie? Was sagen Sie? Eins morgens. Machst du nicht mehr ab. Und ich sage Scheiße. Oh, das tut mir leid. Die Dung von mir. Da sage ich einmal Scheiße. Zwölfmal. Sie haben zwölfmal was? Sie haben zwölfmal Scheiße. Ach, wirklich? Ja, ein bisschen geht's ja. Am besten legen Sie sich gleich für drei Tage in einen ganz abgedunkelten Raum. Aber Schwester Christa, Sie machen ja ab. Aber Schwester Christa, Sie machen ja ab. Ich habe in jedem Handel nicht nach. Was für Sie? Was sagen Sie dazu? Aber warum denn ich? Nackt? Oh mein. Also, das wäre dann doch zu... Ein Mann ist dümmen. Was ein Mann ist dümmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gott. Ja. Oh nein. Also, das wäreanto delle Aut riflemenpunkte. openly bei Babel resonate. Oh mein Gott. Ich muss es über deinen Pszen- TermProdukt ab.